So, ich glaub, wir sind schon da, oder? Geil, der kleine Mann, okay. Jo, wir sind auch schon da, also sprachen können wir, genau, und laufen halt, wir müssen mal aufpassen hier, dass wir nicht irgendwo reinrammeln. Demo hat ich ja gezockt, genau, die ging ja ein bisschen, und ich fand's nicht schlecht, das Game, sag ich mal. So, was haben wir jetzt hier? Uh, geht's weit runter. Schwupp. Jawoll. Und schwupp. Ach, warte mal, nee, da fehlt irgendwas. Ich brauch irgendwie, ähm, shit, ich brauch irgendwas, da war doch irgendwo eine Kiste oder irgendwas, dachte ich. Ich will gucken, wo die Kiste ist. Ach nee, jetzt bin ich auch immer hier, ach nee, die ist ja schon da, die Kiste, jetzt sie ist. Stimmt, warte mal, so, genau. Schlaufe und zack, jawoll. So, jetzt müssen wir in diesen Ding hier, hupp, und dann, ähm, warte, ich müssen mal gucken. Jetzt kommen wir irgendwie hin und her wippen, oder was? Nee, dann setze ich mich ab hier, okay, und dann, ähm, jo, dann passt das genau, perfekt. Basta, so, ist ja perfekt. Einmal Boot fahren, warte mal, kann man hier die Lautstärke ein bisschen mehr stellen, geht denn das, oder ist das hier, äh, da kann man gar nichts, da kann man gar nichts ändern, hier, von Lautstärken, die ist wahrscheinlich so wie sie, die ist so gut, ne? So, einmal Boot fahren, genau. Wo führt uns denn die Reise hin, hier, Mensch, wo geht die Reise hin? Und das sind wir ja schon, jawoll. So, mein Kord ausfällt, ein Schmusekorder, so kann man das Boot ein bisschen herziehen. Perfekt, so, jetzt halt es mich wieder ab hier. Genau, genau, dann machen wir das mal, zack. Ist immer auch schon da, ne, würde ich mal sagen. Genau. Perfekt. Ach, hier waren die Fallen, genau. Oh, verdammt, reingesprungen wieder. Kopf ab. Da holt er noch hin, der Kopf. Warte mal, ich muss die ein bisschen wegschieben, weil ich komme ja, jetzt ist es nicht zu weit. Zum, warte mal, zack, hopp, jetzt, äh, so, und zack, hopp, jawoll, jetzt habe ich es, so, jetzt will ich mal gucken hier. So, musst du aufpassen, hier. Ähm. Warte mal. Das ist der Falle, ne? Ah ja, genau, Moment, ho, hallo Express End, grüß dich, hallo. Ich spiele heute mal Limbo. Ohne Cam, weil ich auf meiner Couch sitze. Mit meinen Korder, ein bisschen schusen. Upp. So, jetzt schnell hier hoch. Hopp, wer woll. Wie geht's dir? So. Das Spiel gab es hier im Angebot für 4, also 3,99, dachte ich mir. Naja, das müsste jetzt mal. Das müsste ich jetzt mal holen, ne? Finde ich eigentlich ein super Angebot. Sag ich mal so. Juhu, mir geht's auch bestens. Naja, ich habe kaum erfunden von der Arbeit, aber ich habe gedacht, da mache ich noch schnell hier so eine kleine Runde. Und das passt auf alle Fälle hier. So. Und hier hatte ich mir letztens die Demo gezockt. Und ich fand das so genial, das Game. Da habe ich mich jetzt entschieden, da kaufe ich mir das. Genau, Outlaws, jawohl. Outlaws ist auch nicht schlecht. Habe ich auch schon beide Games gezockt. Juhu, ich habe so süpie gezockt. Heidenei. Leider kann ich hier bei GameChange, können wir nicht tauschen. Weil ich da die Games halt, ähm, verwarten das hier. Das eine habe ich schon mal gespielt mit diesen Evolubo, wo die es heißt. Und das mit den, ähm, anderen, das habe ich ja nicht, ne? Sonst hätten wir gerne mal tauschen können. Dieses, ähm, naja, was du halt gewünscht hast. Ach nee, ich muss auch nur dieses Seil. Und ich habe mir Mad Max gekauft. Habe ich dir auch geschrieben, ne? Bei Ebay. Da kann ich auch mal zocken. Das hat mir auch so gut gefallen. Ah, da habe ich mir gedacht. Jetzt guckst du mal bei Ebay. Und ich finde, muss ja nicht immer neu sein, ne? Kann man auch mal gebraucht sich kaufen. Zack. Und schwupp. Yes, jetzt haben wir es doch. Genau, so war das hier. Hopp. Oh, mit mir. Genau, es ist langsam am Angebot. Das ist, muss ich zugreifen. Mit einem Outlast. Hopp. Ah. Nein, wie war denn das hier? Nochmal, nochmal hoch, weißt du, schön war. Hopp. Ach so, okay. Einmal frei. Naja, vielleicht ist ja was vorbei für mich, gell? Mhm. Schauen wir mal. Ach, verdammt. Ich wieso halt immer mal was fertig zu zocken. Dann kann ich es auch mal reinstellen. Aber jetzt, das Limo habe ich jetzt hier so gekauft. Ich habe ja auch so ein paar Spiele direkt auf der Base hier. Und dann ist das, wie es ist, ne? Sag ich mal. Macht ja nichts. Und zack. Oh, nee. Ich glaube, ich muss höher. Ähm, den Seil höher huffeln. Also, klettern, meine ich. Zack. Ach, sag mal. Ich bin da vorne auch hochgekommen. Ach, sag mal. Warte mal. Upp. Na, Moment. Irgendwie hau die Kiste hier ein bisschen ab, hier. Na, was denn werden heute? Ah, was denn werden heute jetzt? Kennst du das Spiel hier, Limbo? Ich finde es eigentlich nicht schlecht. Muss ich mal sagen. Zack. Zack. So, warte mal. Wie war das denn jetzt hier? Ich überlege gerade. Ähm. Zack. Warte, ich muss schon hier hoch. Dann muss ich doch nie übernähen, oder was? Hopp. Ah, jetzt, jawohl, jetzt. Zack. Müssen wir doch ein bisschen Anlauf nehmen. Dann klappt das auch hier, ne? Sag ich mal so. Zack. Und Action. Jawohl. Was mir auch so gefallen hat, äh, das ist das Spiel mit diesen Wollknäuel, mit diesen Faden. Ich weiß gar nicht, wie heißt das jetzt? Da habe ich auch mal eine Demo gezockt. Aber das ist leider ausverkauft hier. Schade. Also, das wird mir auch gefallen, ne? Ich mag auch so gern mal so ein paar, so ein paar Spielchen. Oh Gott, nein. Jetzt hat er sich die Füße gebrochen. Oh, 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 oh. Ich glaube, es wird kommen. Ja, ist aber gut, aber schon lange her, da ich mal die Demo gespielt habe. Genau, die Demo. Die hatte ich ja auch hier, äh, gespielt. Also, die habe ich letztens, ne? Das ist auf meinem YouTube-Kanal. Bei Gelegenheit kommt es dann auch mal. Scheiße, das hat doch fast die Knochen gebrochen, hey. Ist das ein Mist, oder? Ha! Ist das ein Mist. Mein Kader ist voll mit der Stunde gar nicht noch, noch gar nicht so richtig einig geworden hier. Die Stunde länger hier und, und, äh, äh, kürzer meine ich. Oh, nee, länger, passt schon. Kann mich vorn hemmen und dann will der schon wieder reinigen. Oh, das kann doch mal jetzt sein. Ich will doch noch ein bisschen zocken. Jetzt habe ich mich halt neben ihm gehockt und er ist auch ein bisschen glücklich. Da passt es dann schon. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Oh, jetzt müssen wir mal gucken, dass es hier was wird hier. Klatsch. Und ich hoff vielleicht gleich hinterher, oder was? Und nein, warum breche ich mich dann wieder? Ah, scheiße, nee, jetzt weiß ich es. Ich muss wieder rückwärts runter. Die ganzen Weg und dann da drauf. Oh, ja, nee, ich weiß es jetzt. Oh, bescheuert, oder? So, jawohl. Oh, jawohl. Ah, ja, und wie fandst du das gehen mit diesen Mädchen? Das, ich sag mal, das demokratische Spiel, ne? Ich fand, das war ein demokratisches, russisches, ähm, ja, Spiel. Und, kommst du klar? Ja, ich mein, also ich, äh, ich mein, man wusste ja jetzt zwar einigermaßen, was man so einigermaßen, aber irgendwie, ähm, ähm, ja, wusste ich auch nicht so genau, ob das dann gepasst hat, was man da gemacht hat. Gute Fahrer, ne? So, jetzt mich wieder zurück, so war's, genau, so war das hier. Warte mal, ähm, dann hier rauf wieder. Zack, und dann hier unten wieder her, genau, jetzt, hier wieder her. Ja, ja, jetzt passt das. Aber es hat halt ewig geladen, ne? Das fand ich jetzt auch nicht so überraschend, dass das Spiel so ewig geladen hat. Ach, Moment mal. Ach, jetzt, ich weiß, ich muss schieben. So, komm, fahr. Äh, was ist jetzt? Komm. Komm, was ist denn? Oh, immer noch nicht. Na, los. Ah, ich glaub, noch ein bisschen, oder? Und jetzt bringen wir den Rest. Puh, genau, jetzt hab ich's, jetzt hab ich's. Ist recht interessant, okay, und, äh, hast du, ähm, ja, äh, es ist interessant, ja, aber, ich hab, man muss es schon schnackeln, ne? Ich hab's wieder gelöscht. Ich wollt einfach mal gucken, was es ist. Ist jetzt nicht so mein, sag ich mal, ne? Kommst du klar, oder was? Das demokratische Spiel. So, jetzt haben wir die Falle hier oben. Ah, ja, oh, oh. Jetzt kommt die Spinne hier. Ich muss irgendwie dieses, diese Falle hier oben, brauche ich. Wie war denn das gewesen, hey? Die Uhr ging ja bisher her, bis, bis zu dieser Spinne ging das, oder nach der Spinne? Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau. Ah. Das ist schon ein wenig Angst, wenn ich hier weitergehe. Ah, jetzt, jetzt ist er runter, oder? Ah, nee, muss ja nochmal, muss ja nochmal auftreten. Bäm. Jetzt ist sie, jetzt ist sie unten. Jawohl, jetzt hab ich sie. So, jetzt muss ich nämlich diese, diese, ähm, Warte mal, ich muss mal irgendwie hier drüber. Wupp. Genau, so, jetzt schieben wir das mal ein. Ah, scheiße. Scheiße, ich wollte es hinschieben, Mann. Ah, verdammt. Okay, wir haben ja das noch da. Und jetzt, hopp. Ich wollte schieben. Jetzt, jetzt hab ich es, okay. Jetzt. Jetzt. Na. Na. Scheiße. Ja, habe auch lange gebraucht, und, äh, um zu kapieren, was man machen muss, aber ein Spieler hat es mir gut erklärt. Ach, da konnten wir den Leuten plaudern? Okay. Das hab ich jetzt natürlichrum, äh, nicht geschnackelt, sag ich mal. Wow, Hammer, Hammer. Ein, ein, äh, ein Ding haben wir von der Spine schon mal. Jawohl, und auf zum nächsten, und Oh, da hab ich schon mal Angst, dass das Oh. Hab ich schon mal Angst, dass die mich aufspießt, ey. Yes, 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 yes. Wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Echt, der kann der immer wieder schreiben, das weiß ich gar nicht. Hab dich gar nicht so, hab dich gar nicht so, ähm, na gut, macht ja nix. Aber schön, wenn du's kapiert hast. Ich hab's wieder gelöscht. Ich hab's halt einfach mal so ein bisschen, ne, angezockt, okay. Aber ich fand's, ich find's lustig, aber mir hat's nicht so gebundet, sag ich mal, ne. Schwupp. Achso, na logisch, okay, privater Nachrichten. Okay. Ach, stimmt, hier ging's noch mal weiter, ne. Da war die Demo vorbei. Da war ich hier mit der Spinne. Und wie's weitergeht, wussten wir nicht. Weil ich eigentlich hier mitten im im Spinnennest hänge. Und dann, ja, häng ich fest. Ich weiß jetzt gar nicht so genau. Mal gucken mal, was passiert. Ob das jetzt hier weitergeht, ne. Ich weiß es nicht. Uh, da hat sie mich, da hat sie mich, da hat sie mich. Kann ich irgendwas machen vielleicht noch jetzt hier? Oh nein, ich kann nix machen. Ich war eingespinnt, okay. Ganz toll, oder? War's das ja doch jetzt gewesen hier, oder? Guck mal, ich kann mir aber hin und her wackeln. Das geht. Vielleicht muss ich mich irgendwie da durch befreien jetzt, ja. Durchs Gewackel, oder? Ein bisschen wackel, wackel, wackel. Ja, 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 ja. Nicht toll, jetzt hüpfe ich hier mit dem Kokon durch die Kante. Klapsack haben. Toll, mit ihm Kokon gewiegelt, Leute. Wuuu. Ich hab schon irgendwann wieder wieder rauskommen aus diesem Kokon hier. Ich weiß es nicht. Wupp. Das ist ja witzig, oder, mit dem Kokon? Und wie haben wir denn diese diese Viecher da bei diesen Mädchen da jetzt wie kommen wir denn also man müsste ja die so Soßen sammeln, ne, und dann irgendwie ich konnte die aber immer nie irgendwo ablegen. Wie ging denn das dann? Oh! Durch dieses Ding rollen, oder was? Na komm, roll, komm. Ach, die Scheiße! Oh! Kürtest du? Nee, ich glaub, das gehört nicht so. Hahaha! Einmal erschlagen. Bäm, bäm. Nein! Oh, doll! Ja, ob ich denn irgendwann mal wieder aus diesem blöden Ding rauskomme, oder was? Ich fühl mich doch nicht gerade so wohl in diesen Kokon, ne? Muss ich mal sagen. Und zurück, 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 zurück! Okay, okay, es war gut, okay. Oh Gott! Okay. Immer schön oben bleiben, hier. Oh, da ist ja wieder die Spinne, Leute. Oh, da ist die Spinne, da ist die Spinne. Moment, kann man hier Pause machen? Ach ja, Gott sei Dank. Ich habe die immer beim Buszug abgeladen und dann in der Stadt in eins der Vorratskammern gelegt. Vorratskammern, aha, okay. Gut, na ja, gut, so weit war ich ja nie gekommen. Ha! Zu irgendeiner Vorratskammer, okay, alles klar. Gut, na ja, dann weiß ich Bescheid. Aber ich glaube, ich lade es nicht mal. Ich meine, das hat er ewig geladen, ne? Aber es ist cool, wenn du jetzt klarkommst. Das ist gut. Ähm, was mache ich denn jetzt hier mit dieser Spinne, Mensch, Leute? Das ist ja ätzend, oder? Die ist jetzt hier immer hier am... am Verfolgen, ne? Sag ich mal. Uah! Oh, was ist denn jetzt? Bist du oder was? Hallo? Hallo? Oh, ich lebe, ich lebe. Oh, der Kokon ist weg von mir. Geil. Ich habe noch so den letzten Fetzen. Wer bist du denn? Höh! Oh, Gott, wer bist du denn da oben, hey? Ach, jetzt der letzte Fetzen abgestolpert. Äh, abgefallen, meine ich abgestolpert. Höh! Ach, du meine Güte. Ja, ich werde es, wenn du morgen Nachmittag oder ab dem Stream. Ja, das ist gut, da gucke ich mal zu. Das ist cool, da gucke ich mal zu. Wie du das so meisterst, sag ich mal. Okay, da haben wir jetzt aber Glück gehabt, oder wie? Was mache ich jetzt hier? Muss ich hier rauf, oder was? Oder wie? Oder mal. Wahrscheinlich doch hier rauf, he? Irgendwischen höher krabbeln, so. Und dann hier rüberspringen wahrscheinlich. Ach so, morgen Nachmittag. Ach, scheiße, nee, da muss ich ja arbeiten. Sorry. Ich komme ja erst um, ja, 10 Euro mal heim, ne? Dann, ähm, ja. Schauen wir mal, der da noch dabei ist. Wupp. Oh, jetzt wird es auch schwer hier, oder? Hier ein bisschen so. Ich weiß gar nicht, wie lange das Spiel überhaupt funktioniert. Er geht hier. Ja, doll, Leute, doll, boing. Aufgespießt. Ah, das sehe ich, ob der da noch anbist, oder nicht. So, wie machen wir das jetzt hier, ohne erschlagen zu werden, Leute? Und zack. Jawohl, jetzt, okay, perfekt. Zack. Ach, du meine, jetzt müssen wir auch noch hier beeilen, oder was? Oh, scheiße, was mache ich denn jetzt hier? Was mache ich jetzt hier mit diesem Ding, ey? Ah, Mist, verdammt. Müssen wir schauen, was wir jetzt mit diesem Ding machen, hier. Eben, ich kann sie zur Not hinterher mal anschauen. Genau, so ist es. Eben, auf deinem YouTube-Kanal, gell? Wupp. So, was mache ich denn das hier? Jetzt kommt das Ding geflattert. Oh! Wie soll ich denn das? Ach, da muss ich wahrscheinlich gleich rüberspringen, oder? Oder wie, oder was? Soll ich jetzt hier gleich so, zack? Und gleich so, zack? Oh, nee, das geht ja auch nicht. Ah, fuck. Moment. Also, klatsch. Oh, jetzt bin ich... ...afgespießt. Das Garn ist so einfach, Leute. Hätte ich mal springen können, ne? Hätte ich ja gekönnt. Okay, also, jetzt machen wir das noch mal was auf. Puh, jetzt kommt das Ding von da oben geflattert. Hier machen wir das jetzt hier. Also, zack. Wie soll das bitte schön funktionieren? Ich werde mal schlafen gehen. Jo, ist klar, dann. Gute Nacht. Schönen Dank, dass du noch kurz reingeschaut hast. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei dem Praktikum. Danke. So, wie machen wir das jetzt hier, Mensch? Das ist so übel. Ja, macht man das jetzt hier, hey? Na, was? Oder ich muss, ähm... Ja, ich muss mal gucken. Also, jetzt springe ich mal darüber. Zack, so. So. Hm, also irgendwie hat man ja keine Chance. Oder ich muss, wenn das fliegt, wieder springen, vielleicht. Bringt das ja was. Gup. Und zack. Oh, na ja, jetzt so. Wirklich, muss ich später springen. Okay. Und zack. Jetzt hab ich's perfekt. Uh, und jetzt schnell, hopp. Jetzt haben wir's. Jawohl. Und hopp. Oh, uh. Das ist aber auch. Hier siehst du, hier siehst du. Bist du nur am lauern hier, Leute. Am... Müsst du gucken, dass du hier halt nicht... ...auzusehen mal falsch auf den Boden trittst oder so. So, also weiter geht's. So, oh, oh. Da ist ja wieder meine Freundin hier, oder? Ach nee, das ist ja gar nicht. Das ist, äh... Nein, das ist eine Holz... Holzfigur. Genau. Okay. Da war jemand. Hat mich jemand doch glatt... ...schwupp. Verarscht, ne? Guck. Oh, oh, oh. Was kommt denn jetzt hier? Oh, fein. Jetzt kommt irgendwie der springende... ...dolle Reiben hier. Warte mal, ich muss jetzt wieder zurückrennen. Hopp. Genau so. Und jetzt und hopp. Hallo, Syria. 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 Grüß dich. Brennt's jetzt hier, oder was? Woaah. Hast du besseres Internet? Nein, ich hab kein besseres Internet. Ich würd sagen, das ist, weil das Game, ähm... Ja, es ist halt einfach... Man bewegt sich ja nicht schnell, ne? Ha. Dann düt's ja auch normal anzeigen, sag ich mal. Aber dann ist ja schön, wenn die Quali gut ist. Zack. Wenn ich jetzt natürlich Autorennen oder irgendwas, dann würde das dann... ...nicht mehr so gut ausschauen, ne? Sag ich mal. Na? Oh nein, jetzt bin ich wieder aussoffen. Äh, ja. Meisten, aber nicht alle. Also hier ist sowas... Ähm... Boing. Sowas kann ich auch hochladen. Wenn die Quali so gut ist. Und ist ja eigentlich nicht schlecht, das Spiel. Probier mal gerade aus. Achso, nach vorne zu rennen. Okay. Und hüpfen. Gut. Aber diesen brennenden Reifen lasse ich mal eben noch vorbei. Weil der ist ein wenig mir... ...zu groß, sag ich mal. Genau, Limbo. Ja, das ist... Äh, ich find's nicht schlecht. Ich hab die Demo letztens erst gezockt. Und ich sag mal, das ist jetzt grad runtergesetzt. Von, äh... Naja, teuer ist es eh nicht. Wupp. Für 3,99 Euro, denke ich. Das kann man sich schon leisten, ne? Ist nicht schlecht, sag ich mal. Also ich find's ganz gutes Spiel. Zack, da ist der Kunde hier drüben. Dieser, ähm... Das andere Männchen hier oben. Das wird mich ein bisschen ärgern hier, ne? Sag ich mal. Danke. Hier wird er irgend so ein Freund von mir rum hier oben. Ja, siehste. Ah, du Scheiße. Das hab ich nicht gesehen. Jo, genau. Ab dem zu tue ich mich auch mal ein gutes Game mitkaufen. Wenn das, ähm... Gerade günstig ist, kann man's schon mal machen, ne? Sag ich mal so. Siehste, wie das volle. Ja, ich wusste, ich wusste, die wird wieder auslösen, wenn ich hier langlaufe. So ein Mist. Also ich find's eigentlich nicht schlecht, das Spiel. Und was ich auch ganz gut finde, ist mit diesen Bindfaden. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Mit diesen Wollknoller, aber das ist leider ausverkauft. Das hat mir auch so gut gefallen, da hab ich auch schon mal die Demo gespielt. Genau, ich hab schon gesehen, was es neu gibt, dann. Ähm... Achso, du meinst jetzt dieses... Diese monatlichen Spiele, oder was? Oder was meinst du jetzt? Machen wir das jetzt hier. Achso, die meinst du? Genau, das hab ich schon gesehen. Genau. Everybody going on. Das erste soll... Das hab ich... Genau. Das erste ist, ähm... Eigentlich ganz gut. Genau. Wuhu. Wuhu. Was ist denn der blöde Falle, hey? Juhu, das hab ich, ähm... Auch schon mal bei jemanden gesehen. Die hat's gestreamt. Äh, nee. Nicht gestreamt. Let's bleed. Und muss ich sagen... Scheiße. Ist... Nicht schlecht, das erste Spiel. Geht's irgendwas mit Strom, oder irgend sowas. Das find ich ganz gut. Nee, hab ich noch nicht gespielt. Aber ich hab's schon mal bei jemanden gesehen. Also ein paar... Ein paar Teile, nicht alles, jetzt sag ich mal so, gell? Na komm, was ist denn jetzt mit diesen Fallen hier? Juhu. Juhu. Und wieder. Ich glaube, ich renne eher dann... Nach rechts vielleicht. Ah, so ein Mist. Ist das hier auch schon mal vorgekommen, dass die, äh... Manche Teile von Twitch nicht archiviert werden? Ich hab letztendlich, ähm... Was gezockt. Und der hat's nicht archiviert. Kann man sich eigentlich ducken? Nee, ich glaub, ducken kann man sich gar nicht, gell? Aber das war nur einmal, also das war nicht, äh, jedes Mal. Ich weiß nicht, wieso. Das war Borderland gewesen. Kawasaki-Ou. Grüß dich, willkommen im Stream. Ja, ich auch. Schon, da musst du vorher nachschauen. Aber nur via BS4. Passiert dir das? Hi! Kawasaki! Nee. Kawasaki-Ou. Oder sowas. Via BS4. Passiert dir das? Nee, das war nur einmal. Ähm, das hat er das nächste Mal, hat's wieder aufgenommen. So, warte mal, jetzt haben wir die zwei Fallen. Wie machen wir das jetzt im dümmsten? Renne ich, bleibe ich stehen. Wär schon umgebracht. Ähm. Renne ich weiter. Nach links vielleicht. Muss ich ausprobieren, ob ich es schaffe. Sind zwei. Ah! Oh, warte mal, jetzt sehe ich es. Ich sehe es jetzt. Ich gehe jetzt, äh, dort runter und bleibe dann dort runter. Pass auf, also. Der renne ich bis... Ah, scheiße. Es tut mir leid, dass ich hier so oft sterbe, aber... Wir kriegen es schon noch raus. Wir kriegen es noch raus. Wir rennen nicht bis ganz lang. Sechs Abos noch. Dann habe ich die 3K geknackt. Jawohl. Hey, gehen wir. Spawn, grüß dich. Oh, Mann. Pss. Haha. Willkommen, alle Neuen. Willkommen. Was sagt er mal? Was machen wir jetzt mit diesen Fuckfallen hier, Mann? Ah. Scheiße, hey. Was machen wir jetzt hier? Warte mal. Ich muss mir überlegen, hier. So, pass auf. Der rennt da oben auf. Zieht sich hoch. Der löst das Ding ab und rennt weiter. So, okay. Hier wünsche ich auch... ...mal 100 Abos auf YouTube. Ah, das dauert noch ein bisschen. Das dauert noch ein bisschen. 286 habe ich schon mal. Aber immerhin, das wird immer mehr. Aber naja, ich meine... Ich sage mal so, ist ja auch ein Hobby ein bisschen mehr von mir, gell? Wie machen wir das jetzt hier? Man kann das nicht stucken, man kann nur hupfen. Ah, Mist. Wie machen wir das jetzt hier am dümmsten? Renn, renn, renn. Habt ihr vielleicht eine Idee hier mit diesen Männeln? Ich bin ja hier schon wie oft jetzt schon gestorben. Ich weiß jetzt gar nicht. Oder gibt es hier irgendwas zu mitnehmen vielleicht? Nee, ne? Gab es nichts zu mitnehmen hier unten. Gibt es nichts, glaube ich, ne? So, bin ja mal wieder weg. Alles klar, schön. Bis denn. Ciao. Danke fürs Reinschauen. Okay. Ne, hier war nichts zu mitnehmen. Brennen hier unten alles weg hier. Oh, danke für dein Follow. Kawasaki. Ich hoffe, es hat richtig ausgesprochen. Danke. Was mache ich denn hier mit diesem Männeln, Mensch? Ja, Gott, mach mal. Ich werde jedem Stream ignoriert. Ich werde jedem... Gamerspoon. Dein Follow war aber schon da, dachte ich. Ich habe es nur... Ja. Es ist mir aber auch schon aufgefallen, dass es nicht alle anzeigt. Aber ich weiß nicht, wieso. An was es denn liegt. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Weißboot ist. Mal zeigt es an, mal nicht. Also es tut mir echt leid. Falls du jetzt schon ein Follow mir gegeben hast, dann danke ich dir auf alle Fälle. So, was machen wir jetzt hier, Mensch? Es ist ja ätzend. Ätzend. Oder musst du noch ein bisschen weiter rumklettern hier, oder was? Ich habe dich begrüßt. Ich habe dich begrüßt. Ich habe dich begrüßt. zu dir. Ich weiß nicht, warum der Chat nichts sagt. Das tut mir leid. Chat, Leute. Grüßt doch mal den Gamerspoon, bitte. Jetzt war doch jetzt so knapp gewesen, Mann, ey. Kein Problem. Kein Problem. Vielleicht war es auch etwas zu leise. Ich möchte auch nicht so rumblicken hier, weil es ist schon... Seht ihr, wie spät es schon ist? Und die Wände sind dünn bei mir. Und die Wände sind dünn bei mir. Ach, und jetzt müssen wir echt mal hier weiterkommen, sonst ist es ja echt wegen übel, ne? Wenn ich hier tausendmal sterbe. Ist ja auch nicht schön, ne? Dann haben wir hier tausend Minuten und tausendmal gestorben, was? Oh, verdammt nochmal. Was machen wir denn mit diesen Männeln hier, Mensch? Was machen wir mit diesen Männeln hier, Leute? Also hier ist es ja echt ein Rätsel für sich, ne? Was machen wir hier? Hat denn jemand eine Idee? Vielleicht eine Idee, jemand? Hat denn jemand eine Idee? Ich hätte gern mal eine Idee. Können wir jemand helfen? Uuuuh! Ich weiß nicht, soll ich noch links rennen? Bei weiden Wegen stirb ich. Sterbe ich. Endd, was heißt denn Endd? Nein, ich nicht. Okay, kein Problem. Und bäm. Oder ich muss, ähm... Ah, Moment. Ich geh mal nochmal da lang hier. Wenn das Ding dann wieder zurückschwankt, vielleicht dann gleich wieder nach rechts oder so. Au, aber natürlich nicht stehen bleiben. Sorry, Leute, wenn ihr euch das jetzt hier 10.000 mal angucken müsst. Das ist jetzt halt etwas dumm gelaufen, sag ich mal. So, und jetzt ja... Au! Ja. Gibt ja so viele Varianten hier zu sterben, ne? Sag ich mal. Haben wir eigentlich jetzt schon viele Varianten durch? Mensch, gibt's denn da keinen anderen, äh... Ausweg jetzt hier, Mensch? Das kann ja mal nicht sein, oder? Ist das echt ätzend hier, Leute? Oder hab ich irgendwas, äh, zu mitnehmen vielleicht? Gott, hier unten brennt's aber auch ganz schön, ne? Muss ich mal feststellen. Wupp. So, das sehen wir nochmal hier unten, was die Phase ist. Aber ich glaub... Wir haben hier keine Chance. Was ich lustig finde, ist ja hier... Oder kann man hier irgendeinen Stein mitnehmen? Nee. Kannst du nix mitnehmen hier. Das ist ja ätzend, oder? Bim, bim, bim. Schau, ja, da müssen wir weitermachen hier. Ah, da müssen wir wohl weitermachen. Ich könnte dieses beim Internet nachschauen, kurz. Was man da denn macht... Aber ich will eigentlich nicht unbedingt im Internet nachschauen, Leute. Wie geht's dir, Gamer Spawn? Und, ähm... Ja, jetzt weiß ich es, siehe den Namen nochmal. Kawasaki, sag ich mal jetzt. So, Moment mal, jetzt geht der lang. So, pass auf. Ah, Limbo. Ich danke, mir geht's auch ganz gut. Kann mich nicht beklagen. Jetzt guck ich mal schnell im Internet nach, Leute. Das ist ja echt ätzend. Wir müssen ja irgendwie mal weiter hier. Das kann ja nicht sein, dass du hier immer zu am Sterben bist. Du musst ja irgendwie... Ach, seht ihr mal, hier unten ist doch irgendwie so ein Rohr, ne? Das probier ich aber mal noch kurz aus. Ach, nee, da komm ich gar nicht hin, bis ich diesen Rohr... Okay. Shit. Ist ja der Hit, eh. Also, warte, ich guck mal schnell im Internet nach. Ich bin ja zwar nicht so, aber... ...manchmal dann... ...muss ich echt mal gucken, hier. Limbo. Was ist denn? Limbo, ja, was doch... Wo werden wir denn sein? Weiß kein Mensch. Kava, genau. Das ist vielleicht viel kürzer, gell? Kava ist ganz gut. So, was ist hier? Findest du denn hier mal was jetzt? Limbo. Okay, Limbo. Hölle, Lösung. Lösung wäre ganz cool, genau. Es geht gleich weiter, ihr Leute. Es geht gleich weiter. Ich hoffe bloß, dass wir hier... ...irgendwie mal weiterkommen. Ich finde das Spiel eigentlich richtig nice. Sag ich mal so. Map. I. D. S. M. Grüß dich, willkommen in der Stream. So, was sind wir denn hier? Teil. Spinne. So, Hotel. Das kommt weg. Das Spinne. Video. Das Hotel. Na, was ist denn nicht? Video. Och, das geht aber nicht lang, glaube ich, das Spiel. Hm, naja. Was soll's? Der Wald. Eins von zwei. Okay. Also. Luft. Einfach dunkler Wald entlang. Nach mehreren Fallen entdecken. Die erste Falle nach links. Und weiter zu kommen. So, der Wald. Zwei von zwei. Hängende Leiche sieht die volle Recht aus der Ecke heraus und platziert sie unter der Leiche. Hä? Was sind's von der Leiche? Ihr könnt oben klettern. Bringt Vorsprung. Achso, da war mal. Da war mal ja schon gewesen. Moment mal. Springt jetzt die Äste hoch. Beim Schreiben hier runter. Blablabla. Felsbrotgen auch geht. Ein paar Schritte her. Felsbrotgen entkommen. Ja. Achso. Okay. Das müssen wir mal weitermachen hier. Ähm. Probier mal die erste Falle abzuwarten. Dann nach rechts. World Games Can. Hallo. Map grüß dich. Mann, bei dir. Mod. Wer denn? Hm. Naja. Also ich hab ja eigentlich schon zwei Mods. Ähm. Gamer. Weiß nicht. Das wird ja dann doch ein bisschen viel mit den Mods. Aber trotzdem für dein Angebot. Sag ich mal. Also warte mal. Die erste Falle abwarten. Dann nach rechts. Dann machen wir das mal. Dann lass ich das jetzt mal mit dem Internet hier. Weil ich. Wäre ich ja nie fertig mitlesen hier. Ist ja doch ein bisschen blöd, ne? Das ist ja doch ein bisschen blöd. Also guck mal mal. Die erste Falle abwarten. Und dann nach rechts. So. Dann haben wir das mit der zweiten Falle schon. Hast du das gesehen? Probieren das nochmal aus. Hab ja nur gefragt. Ist nicht schlimm. Ne. Ist kein Problem. Gamer. Hast ja hoch gefragt. Genau. Und ich. Hab ja. Ach genug geantwortet. Ja. Also kein Ding. Man kann ja fragen. Kostet ja nichts. Das ist klar, ne? Aber wenn ich mal keinen Bock mehr hab auf irgendeinen anderen Mod. Komm ich gern auf dich zurück. Uh. Uh. Ich bin ja auch schon tausendmal nach links gerannt. Aber so schnell wie die Falle kommt, das schaffe ich einfach nicht. Das ist das Problem mit den Fallen hier. Vielleicht muss ich schneller sein, nach rechts zu huschen. So, 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 so. Ja, 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 ja. Ach, oder so. Scheiße. Ich hätte vielleicht aufs Rohr springen sollen. Da ist ein Rohr obendrauf. Das hab ich vorhin gemeint. Dann machen wir das nochmal. Hopp. Oder so. Genau. So, was. Ach, jetzt haben wir's doch. Guck dir mal. Jetzt haben wir's doch. Jetzt können wir doch eigentlich hier an diesen Seilen hochklettern. Wo ist denn die andere Falle abgeblieben? Ab. Weg. Gut. Danke für die, äh, für den Dip. Ähm, Kammer, Kawa, Kawa, gell? Zack. Ähm, hallo, wo ist denn dieser Faden jetzt hinten da oben? Weg ist er, oder was? War da hier im Faden da oben? Na gut, okay. Dann machen wir hier lang ab. Okay, und wieder runter. Jawohl. Na, endlich sind wir mal ein Stückchen weitergekommen. Meine Güte. So. Oh. Was mach ich denn jetzt? Hilfe. So war es gemeint. Genau, okay. Subi, danke. Ach nee, Matt. Äh, Matt, du hast mir ja den Dip gegeben. Na, macht ja nix. Kein Ding. Ähm, was mach ich denn jetzt hier, Leute? Was mach ich denn jetzt hier? Da kann aber auch nicht schwimmen, der Junge, ne? Das ist ja übel. Da kann ich schwimmen. Jawohl, ich spieß mich auf, lepp mich rum. Ganz toll, Junge. Hätte ich vielleicht eine Falle mitnehmen sollen, oder was? Nee, ne? Oder kann man hier irgendwas noch? Oh, da ist ja eine Falle noch. Guck mal, hier sind wir eine Falle noch. Was kann man da? Vielleicht können wir die da mitnehmen, würde ich sagen. Die kann man im Chip mitnehmen. Ähm, ich muss bloß mal gucken hier. Dass ich nicht wieder aufgespießt werde. Na. Wo ist sie denn jetzt? Ah, okay. Also, das hat keinen Sinn mit den Fallen hier. Müssen wir irgendwie hier so durch. Aber wie, was machen wir jetzt hier? Kann man irgendwas machen hier? Ah, okay, ja, okay. Perfekt. Komm, Schwimmboot, schwimm, schwimm, schwimm. Bitte schwimm. Du kleines Boot, schwimm. Oh nein, zu spät. Also, ich denke mal, ich bin hier immer zu... Also, ich muss immer ausreisen vor der Spinne halt. Das ist das Sinn des Spiels hier, denke ich mal. Und halt so schnell wie möglich hier... ...immer mich retten. Und renn, komm, renn, Junge, renn. Du schaffst es. Komm, renn. Zack, und hopp. Ähm, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Oh nein, was mache ich jetzt hier? Ganz toll, ganz toll. Jetzt komme ich nochmal hoch, oder was? Oh, verdammt. Okay, ja, schön, Spinne. Feine Spinne. Das ist eine blöde Spinne. Oh, oh, die hat schon eine Leiche mitgebracht. Habt ihr es gesehen? Hopp. Renn um dein Leben. Hopp. Ah, ich muss hier hoch irgendwie. Verdammt. Ah, jetzt vielleicht. Ja, danke dir, Spinne. Bist ja doch nicht so blöd. Oh, ich hätte ein bisschen... ...Anlauf nehmen gebraucht. Schaffen wir schon. Schaffen wir schon noch. Komm, fahr, du kleines Boot. Fahr, mein kleines Boot. Zack. So ein kleines Spiel. Doch die Leute schön begeistert, sag ich mal, ne? Na, komm, Spinne, komm. Ja, danke dir. Habt also doch langsam angetastet gekommen, gell? Zack. Jetzt. Oh nein. Okay, wir haben sie... Oh, oh. Wir sind da, Spinne, erstmal wieder los. Ganz toll, oder? Oh, ich danke dir. Uh, danke dir, Stein. Das kleine Männle ist schon immer ein bisschen in Gefahr, ne? Muss ich mal feststellen. Zack. Zack. Mal gucken, wenn ich bitte wiederkommt. Bin ich ja echt gespannt. So, bop, bop. So. Juhu. Na, das ist einfach so ruhig hier, oder? Warte mal, streng du mal eben was bisschen... Drank einschenken hier. So. Okay. So, okay. Weiter geht's. Oh, oh. Die bösen, die. Ach so, du... Ach, shit, ich hab gedacht. Okay. Ich glaub, geht aufs Gras oder sowas. Ach, fuck. Ich suche den hier zu lang. Mmh. Mist, verdammt. Und dann ist toll, oder? Komm ich ja gar nicht lang jetzt hier. So großen Sprung schaff ich ja gar nicht. Wollen wir sich zurück, oder was? Oder, ähm... Komm, Spinne, komm. Komm, fühl dir irgendwas? Spinne, du hast nur noch ein Bein, oder was? Aha, was ist mit dir? Komm. Kommst du mit, oder was? Huh. Huh. Na, was ist jetzt? Oder so vielleicht? Das war eine gute Idee, ne? Ähm... Moment. Und jetzt? Oder muss ich mich irgendwo hinschießen? Hallo, weg dich doch mal, Spinner. Komm. Macht's ja nix, ne? Na? Na? Hm. Ach so, okay. Ne, das schaff ich nicht, oder? Hm. Das ist jetzt Mist, oder? Ne, das wird nix. Ja, was machen wir jetzt mit dieser tollen Spinne hier? Könnt mir ja schon helfen mit dem Weg, ne? Sag ich mal so. Komm, weg dich mal hier, hopp. Juhu, komm, beendet mich mal. Stampe, Dampolin. Ist sie jetzt tut, oder lebt sie noch? Ich n' Hals. Ich nix. Ich nix. Ich nix. Ich nix. am bein ziehen ach so okay danke ich danke dir und jetzt ach so jetzt könnte ich vielleicht das ding weg holen okay ja danke sag ich mal so da muss man erst mal auf solche ideen kommen sag ich mal so ich habe gedacht ich würde mich jetzt irgendwo hin teleportieren also hinschmeißen sag ich mal ich hoffe dass ich noch so eine spinne kommt aber ich glaube die jungs sind jetzt meine feinde noch oder habe ich so das gefühl danke guck mal ob wir runter sollen oder was ja ah ok lecker lecker ich oder was verdammt die spinne lecker lecker oder so okay dann haben wir so weit würde ich noch gar nicht haben oder gehört es so mal schauen wir mal ob es was jetzt irgendwas taucht hier ach so logisch vielleicht komme ich jetzt hoch okay das passt schon okay jawohl passt perfekt gematschte spinne jawohl wie matschi spinne wir müssen irgendwas hier kommen wir nicht weiter sonst ist das auch jedes mal der junge kann ja schwimmen hier danke gemma hast du was bestimmt ist entdeckt sag ich mal so war was spannendes dabei also ich mein folgen mäßig so ich würde schon immer im voraus die videos hoch machen also die planen also die ich sag mal so die die na ich plan halt automatisch und dann kommen die dann jeden doch halt zur bestimmten zeit halt hoch ne sag ich mal na was ist denn jetzt hier kann ich vielleicht das auch noch haben diese kiste will last of you is the resident evil jawohl alles dabei kann ich nicht die kiste noch haben hier bitte kann die kiste noch schade krieg ich nicht mal die kiste hier ist verdammt schade 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 und ohne diese kiste komme ich hier drüber oder was über diesen äh ding hier war mensch lassen wir mal die kiste jetzt hier in ruhe so rufen wir da hoch jetzt hier ach nee das geht nicht okay schade da muss ich mal gucken vielleicht komme ich ja doch irgendwie hier ohne kiste über das wasser mal gucken mal da muss ja irgendwas geben ja ne jo ich habe eine ganze auswahl an videos da kannst du kannst den video abend machen vielleicht muss ich auf diese leichen hier hoffen oh scheiße wer kommt jetzt ja schön jo danke fürs zuschauen gma gut nacht so jetzt kommt dieser kunde hier was macht denn da jetzt hier sage ich mal so okay ist aber nett von dem oder ja wer auch immer das jetzt war ne sag ich mal okay naja solange mach ich jetzt auch nochmal hier ne oh was haben wir jetzt gelandet hier Leute oh oh ich wusste dass jetzt hier irgendwas faul ist ich wusste ich hab's geahnt ich hab's geahnt gar nicht gut hier gar nicht gut ich hab's geahnt klatsch klatsch okay na geht weiter ne der böse wicht na geht weiter ne der böse wicht Ah ja, perfekt. Haust die Puppe rein, oder was auch immer das ist. Und dann sollst du das mal zerquetschen, zerquetschen, sag ich mal so. Yes, das haben wir. Okay, perfekt. So, jetzt ist er durchschweckter Kunde. Was ist das da oben? Ähm, ja, schön. Irgendwilder Krebs, oder was? Uh. Okay. Ähm, das liegt bestimmt gleich wieder runter, oder? Ich hab das so im Gefühl, dass das gleich wieder runterfällt hier. Vielleicht kann ich hier dieses, äh, Ding, oder was ist denn das hier mitnehmen? Ach nee, kann ich gar nichts mitnehmen hier, okay. Ah, schade. Ja, müssen wir mal gucken hier, wa? Oh! Vielleicht muss ich auf diese Plattform in der Mitte treten. Vielleicht das eher. Das könnte sein. Wartet mal. Wupp. Jawohl, so, und jetzt schnell weg. Jawohl, das passt. Okay, ah, okay. Nein! Warum hat das jetzt nicht geklappt? Sauer. Warum klappt das jetzt hier nicht? Das ist eine... Hm. Gute Frage, ne? Machen wir es so, okay. Uh. Oh nein. Was sind denn das für Deppen? Ein paar böse Wichte hier. Oh nein. Das war schon noch zu, 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 äh, ja. Ja, halt rein, ne? Rein in die... ...Spieße. Wupp. Oh, das war knapp, oder? Wupp. Wupp. Oh nein. Och, sorg' denn mal, hä? Hopp. Das sind immer böse Leute hier, hä? Wupp. Ah. Pff. Hm, 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 hm. Shit. Shit, hey. Oh, und hopp. Oh. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Leute. Was ist da los hier? Ja. 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 Die haben wir ausgetrickst. Perfekt. So was Böses, oder? Was sind das für Leute hier? Ist aber gar nicht schön, sag' ich mal so. Hopp. Nicht schön, ne? Vor allem sind sie jetzt platt. Okay. Haben wir jetzt hier Hübsches. Eine Leiter. Ins Ungewisse. Na, geh runter. Hm. Wadda mal. Das ist jetzt die Song hier. Hm. Ich geh nochmal rauf hier. Achso, da komm ich eigentlich auch bloß hier lang. Hm. War mir auch nicht, ne? Was ist auch nicht top. Okay. Hm, jetzt haben wir ja aber das dann hier, ne? Ach, vielleicht, äh. Vielleicht muss ich das Ende mir schnappen und am Vorden, äh, am Ding hängen. Am, äh. Na, ihr wisst schon. Am, äh, genau, am Wagen halt. Ich muss mir das am Wagen hängen. Ich glaube nicht, oder? Doch. Ich denke schon, weil... Ja, Moment mal. Wir müssen das andere noch hochziehen mit. Das sollte so sein, genau. Warte mal. Muss ich aber irgendwie mal hier gucken. Dass ich, ähm... diesen Faden halt darüber krieg, ne? Das wie weiß ich jetzt auch nicht so genau. Na, jetzt, was wird hier noch? Mit beim Vorden. Hm. Aber ich denke, so muss es sein, dass dieser Faden an den Wagen muss und dann zieht es das andere nämlich hoch mit. Weiß ich jetzt bloß nicht, wie ich diesen Faden an diesen Wagen kriege. Ansonsten denke ich, sollte es so sein, ne? Oh, auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, Leute. Muss denn da auch unten Wasser sein, Mensch? Ach, hier kann ich auch lang, okay. Oh, ja, auch nicht schlecht. Okay. Ach so, dann ist es dieser, dieser Abteil. Jawohl, okay. Ah, okay, dann muss ich aber... Na gut, okay, jetzt weiß ich. Den Wagen mal holen. So, hopp. Ähm. Hoch mit mir. Genau. Hopp. Genau, und da müssen wir mal gucken, ob das was wird hier. Zack, schnell. Oh, mach schnell, Junge. Ah, das ist schon zu spät. Schon zu spät, Junge. Oh, jetzt wieder hoch. Hopp. Ja, das ist jetzt ein bisschen, äh, hin und her halt wieder, ne? Ist ja auch schon mal so. Hm. Hm. Ach, scheiße. Naja, so in etwa, ne? Halt. Funktioniert's. Okay. Ich hatte es eben gehabt und dann habe ich es wieder losgelassen. Zack. Oh, ach Mann, wird doch nicht. Haha, ist ja witzig. Was Geduldsspiel mit dem Faden. Ah, kennt ihr den Spruch? Lange Mädchen, faule Mädchen. Ach nee, nicht lange Mädchen. Lange Fäden. Ähm, Moment, das hänge ich hier irgendwie blöd. Lange Fäden, faule Mädchen. Genau, wenn man früher es genäht hat. Der Faden war ziemlich lang. Hat die Mutter gesagt. Lange Mädchen. Na, warum lässt er denn immer wieder los, Mann, der Kunde? Äh, lange Fäden. Paule Mädchen oder sowas. So, das letzte Mal jetzt hier, Leute. Und dann muss ich nämlich doch langsam mal ins Bett langsam. Jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. So, okay. Ich muss natürlich irgendwie diesen Faden... Ähm, ja, wie machen wir das jetzt? Ähm, ja, wie machen wir das jetzt? Ahaha. Irgendwie hier. Mit, ähm... Ach, Moment. Oder ich hopf vielleicht drüber mit dem Faden. Oder warte mal so. Nee, oder so. Nee, oder so. Hm. Also, ich denke, ich muss dieses... Diesen Faden hier woran binden. Weil, wenn ich das jetzt wieder... Und, wenn ich das jetzt wieder loslasse, dann ist das ja wieder... ...nach oben halt, ne? Wollen wir ja nicht. Denke ich mal so. War das viel zu kurz erfordern. Das geht ja auch nicht, oder? Hm. Wollen wir doch mal... Wollen wir doch mal ein bisschen herbindeln hier. Hopp. 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 Na. Oder vielleicht doch noch hier mit drüber klatscheln? Nee. Na. Mach's auch mal. Noch eine kleine Idee runter. So, vielleicht. Und dann doch wieder hoch. Pfff. Pfff. Na komm. Oder doch vielleicht hier rieber. Ich weiß nicht. So, jetzt schnell dann durch und so. Das sollte vielleicht funktionieren, ne? Aber... Das war schon wieder... ...zu langsam. Aber was hat's mit diesen Wagen auf sich, ne? Das ist echt ne gute Frage. Hm. Hier muss ich denn doch hier drüber schütteln, oder was? Das ist... Hm. 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 dann kommen wir noch mal schnell und dann aber nein verdammt jetzt so ich weiß nicht mit diesen Faden wenn ich jetzt wieder loslass naja so in etwa halt und tschüss ne doch nicht jetzt das andere jetzt das andere hoch bis beide gleich sind ok na checken wir uns doch noch mal müssen wir halt abchecken noch mal so und hopp 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 oh nein ach verdammt dass ihr da so eine Geduld habt zum zuschauen wenn man was immer zu das gleiche macht herrlich Mensch oh das war aber knapp war das oh nein das hat doch losgelassen na gut ihr Leute dann sage ich erstmal hiermit good night good nacht ade und bis zum nächsten mal ich hoffe das speichert hier ich denke ich werde mal gucken ob es gespeichert hat jo dann gute nacht ne also haut rein schlaf gut bye danke fürs zuschauen alle benannt ade ok kein problem ach das eine seil dann das andere seil und dann sollten die gleichmäßig runter gehen wie meinst du das aber das passt schon jo also dann good nacht bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal